Beim Thema Energiewende denken viele nur an Strom. Aber viel größere Auswirkungen auf die Umwelt hat der Verbrauch von Öl oder Gas zum Heizen. Deshalb möchten wir, dass Sie in Zukunft Ihre Liegenschaft mit Wasser aus Ihrer Umgebung heizen. Wie das funktioniert? Ein Energieverbund kann lokale Ressourcen wie zum Beispiel Seewasser, Flusswasser oder gereinigtes Abwasser in Heizwasser für Liegenschaften umwandeln. Das Wasser fließt durch einen Kreislauf und am Ende in die Umgebung zurück, aus der es gekommen ist. Dafür transportieren wir es zunächst zur lokalen Energiezentrale. Eine Wärmepumpe entzieht dort dem Wasser Wärme und wandelt es in einem sehr effizienten Verfahren in Heizenergie um. Dieser Vorgang braucht nur einen kleinen Anteil Strom, den wir selbstverständlich aus erneuerbaren Quellen beziehen. Jetzt fließt die Heizenergie in Form von heißem Wasser über ein Fernleitungsnetz in die Warmwasserspeicher und Radiatoren der angeschlossenen Liegenschaften. So kann die gesamte Liegenschaft mit Wasser aus dem See heizen und hat warmes Wasser. Das abgekühlte Wasser fließt wieder zurück und alles beginnt von vorne. So einfach funktioniert umweltfreundliches Heizen heute. Energielösungen von EWZ Deine Changs Untertitelung des ZDF, 2020